... ... ... Was kommt denn da? Ja, schauen wir mal was nach da hinten. Ha! Ha! Wissen! Jetzt schauen wir mal was nach da hinten. Ha! Wissen! Ha, ha, ha! Wissen! 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 Was ist denn hier? Moin. Ich weiß nicht, was ich dir erzählt habe. Ich muss uns in den Visten. Das ist ja, das ist ja auch schon. Das ist ja auch schon. Ich bin ein paar Malerien. Das ist ja auch schon. Ich bin ein paar Malerien. Ja, ich bin ein paar Malerien. Wir wissen, dass ich nur noch maler bin. Hallo. Ich bin ein paar Malerien. Warum wurden wir hier oben? Ist das ein guter Spil? Ja, das ist ja guter Spil. Ja, das ist ja guter Spil. Allemaal Spil? Ja, vielleicht alles ist. Ja, echt guter. Vor allem dein Pack. Ja, das ist ja guter. Ja, aber das ist ja guter. Ja. Mein Gott. Ja. Ja, das ist ja guter Spil. Ja, kommt hier. Ja, es ist ja guter Spil. Also, ich bin ein paar Malerien. Vielen Dank. Das ist doch kein Puller, Kitt. Nee, das ist jammig. Das ist doch alles gut. Ja, das ist doch ein Stück. Das ist auch Schnee. Ja, das können wir gar nicht so viel schilden. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Das ist ein Bestes Ding, oder? Ja, dann bringen wir auch keine Fords auf dieses Stück. Haha, hey. Die haben wir Fords hier pickt. Ja. Ja. Ja, komm, komm, komm. Ja, komm, komm, komm. Nu wel. Nu ist Bingo. Ja, genau. Oh, voorzichtig voor die toppen. Hoi, hoi. Bucht? Ja, 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 ja. Wacht. Ja, ich pack ihn nicht, ich bin dabei. Volgens me ist das das selbe, wie ich hatte. Ja, hier steht er auch. Ich habe Max ihn auch gesehen. Oh, du packst er nicht so ein bisschen. Ich habe eine schöne Foto gemacht, Jungs. Laat es nicht vallen, dass die jetzt zurückgeht. Wasst du nicht? Wasst du nicht? Wasst du nicht? Ja. Ich habe mein Schep auch noch brukt. Ja, wir müssen hier gucken. Ja! Schön, Mann. Ich habe ein Schonnie. Ich habe ein Schonnie, hey? Lecker. Ich habe noch mehr. Ja? Das ist die Bara. Ich habe noch mehr gehört. Das ist hier Bara. Ja? Ja? Das ist hier, ich denke. Ja. Das ist hier. Das ist hier auch gerade ein. Ich kann den Meckern wieder wissen. Ja, das ist hier. Ja, das ist ja. Dann können wir es auf 1,5 kg haben. 1,5 kg? 1,6 kg. 1,6 kg. 1,6 kg. 1,5 kg. 1,5 kg. Jetzt haben wir noch einmal aufzett, Martin. Nein. Das ist von Kuhn. Das ist von Kuhn. Das habe ich 5, Mann. Das ist auch schon vieles. Ja. Over de 2,5 kg. Oh, sorry. Mooi vissen. Ja, komm. Ja. You are leading. Ja, ik weet niet hoe dat komt. Ja, dat zou kunnen. Ja. Wat is dit? Ja. Kom, het is nog waar een avond gedaan. Weg, hè? Ik wil die wel even helpen, hè. Welkom. Ik kan er niets aan houden. Nee, 5,5 kg. Hoeveel? 5,5 kg. Ja, maar komm. Ja. Ja. Dat doen we ook. Ja. Dat gaat wel. Zie netje ligt er nog. Ja. We hebben nog niet lopen. Ja, dat is zo wel af. Ja. Ja, ik dacht dat ik vanaf door ging. Ja, ik dacht dat ik vanaf door ging. 2700. Kijk uit hoor, Zeb. Met de stok, Martin. Ja. Nou, hij kocht er wel af. Jullie vissen helemaal gewoon teruggooid, hè. Jullie waren er niet, ja. Nee, nee, nee. Dat werd er niet zo, hè. 1,5 kg. Ja, daar houden ze niet geweest. Nee. 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 Hier zitten wel een mooie boord, zus. Dat zie je wel. Dat zit je wel terug. Nou, je allen zitten netjes anders, hè. Het is nog een bos al geweest, hè. Ja. Ja, dat wist niet. Ja, dat wist niet. Ja, dat wist niet, hè. Moinig. Ja, ik vind dat netjes mooi is. Nee, nee. Nee, nee, nee. Zo. 3 kg. Haha, ja. Ja, ik zie je in. Haha. Ja. Hoe kunnen we dit te gaan vuren? 9,90. 9,90. Zo. Hoeveel? 9,90 kilo. 9,90 kilo. Ajo. 9,90 kilo. Okay. 1. Even een stukje naar beneden. 4.000 Euro. 4.000 Euro. 4.000 Euro. 4.760 Euro. 6.000 Euro. Nou, wat kan men doen? Nou, is dat een grootste. Voor mijn eerste. Zijn eerste grotting afhoudt. En nog zoveel vies. 2,640 kilo. Heb ik van Adriaan gewonnen? Ja. En ook ga ik mee. Ja. Ho. Ik ben erop. We hebben veel lukmen in het water. Ik zeg dat tegen die man. Mooi stuk lawaai moet ik met die boten. Ja, dit is meer. Dit is wel een paar kilo. Denk ik wel. Ja, dit is meer dan 10. Ja. Nou, ik denk wel. Ja, dit is wel Henk. Ja. Wat nog? Die blootjes gaan nu vergaan. Hebben die blootjes eruit jongens. Ja, dit is wel. Ja. Wat is wel goud schat Henk? Ik zei, je hadden het 5 kilo. Ja, dat is goud en schat. 12 kilo, 200? 5 kilo, 200. Ja. Super hoor. Netjes Henk. Die blootjes zijn vrij. Ja, dat heb je helemaal vrij. Nou ja, het is niet zo. Dan moet je het eerst even iets. Het is wel 20 kilo, Henk. Ik kan nog houden en schat. Het is wel een hoop gewicht onder dat. Ja, dat geldt ook niet. over dan. Moet je niet meer via die hoogne oorl? Nee. Nu moet je zo boeien doen. Dat moet je hoeveel en abonneerd. Ik ga het verkeerden naar. Als je voor hem gaat breken. Ik zie een beetje bij deze hoogne. Op de hoogne-erde-erde-erde-erde-erde-erde-erde-erde-erde-erde-erde-erde. Ich sage mal gucken, was ich sehen, wie ich es lege ist. 50 kg? Ja, mehr. 6,480 kg. 6,480 kg. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Ja, das ist gut. Das ist gut. Und dann sind Patrick und Eivner. Ich muss mich an fragen, dass es paar koeien ausgesucht war. Ja. Die sind die beiden schieten. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Ich sage, das ist gut. Ich sage, das ist gut. Nein. 9,820 kg 15 kg Hij ging in te zien gelijk op Hier Daarom ga je ervoor staan, ik wil ook altijd fotograferen hier 14 kg 220 kg 2,5 kg 2,5 kg 3,5 kg 4,5 kg 4,5 kg 4,5 kg 5,5 kg 7,7 kg 5,5 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 kg 6,5 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 kg 1,6 kg 8,5 kg 6,5 kg 8,5 kg 8,5 kg 1,6 kg 8,5 kg 8,6 kg 10,5 kg 10,19,9 kg 8,690 8,6 kg 8,Fire 6,3 kg 8,81 9, Glo concealed Das ist 14.280 krank. Nummer 1, mit 17.760 krank. Jan-Bappel Oudersen. En dan met de vega. Winnaar, met 15 punten, Henk Moesker. APPLAUS Het was eigenlijk spannend dat de laatste wedstrijd... Ik ben van jouw wedstrijd. Jammer dat je nummer 2 bent geworden. Super gemist. APPLAUS APPLAUS Je kunt er weer meer dan heen worden. GELACH 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 Het derde plek is gegaan met 19 punten naar Bobby Grijfstra. APPLAUS GELACH APPLAUS GELACH 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 APPLAUS GELACH 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 Vielen Dank.